Jetzt sagen sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Zieht den Bayern die Lederhose aus, so singen die Fußballfans im Stadion, wenn ihr Team gegen den FC Bayern München antreten muss. Und dieser uralte Traum ging am Wochenende teilweise in Erfüllung. Denn zumindest die Vorzeigelederhose des FC Bayern München, der Hoeneß Uli, musste seine Hosen runterlassen. Nun steht der Gutmensch vom Tegernsee in einer Reihe mit Al Capone, der bekanntlich auch nur wegen Steuerhinterziehung belangt werden konnte. Dabei hat ein kluger Mann über Steuerhinterziehung mal Folgendes gesagt. Es ist doch unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles heraus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu gehen, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen. 30 Mal dürfen sie raten, wer der kluge Mann war. Der Hoeneß Uli natürlich. Deshalb hat er wohl auch nicht nur ein paar Mark, sondern ein paar Millionen Euro Steuern gespart. Damit es dann auch Sinn der Sache ist, ins Gefängnis zu wandern. Vom Hoeneß Uli stammt auch der schöne Satz, ich weiß, dass das doof ist, aber ich zahle volle Steuern. Zwei Falschaussagen in elf Worten, das nenne ich Effizienz. Denn als er diese elf Worte 2005 aussprach, zahlte er erstens nicht volle Steuern und zweitens war es auch damals schon nicht doof, volle Steuern zu bezahlen, sondern anständig. Aber Hoeneß hält es wohl eher mit seinem Namensvetter, dem Wickert Uli und seiner Schwachte, der Ehrliche ist der Dumme. Sage noch einer, die Jugend habe keine Vorbilder. Und natürlich darf auch das Standardargument der reichen Steuerhinterzieher im Repertoire nicht fehlen. 2011 sagte Hoeneß, ich wäre sofort dafür, höhere Steuern zu zahlen, aber dann soll die Politiker mir sagen, was sie damit anfangen und wie sie das Schuldenmachen damit beenden wollen. Ja, wenn mit den Steuern nur sinnvolle Dinge finanziert würden, dann würden ja auch alle ihre Steuern zahlen. Aber unsere Steuergelder, die werden leider viel zu oft zum Fenster rausgeschmissen. Da werden zum Beispiel seit Jahren Millionen und Abermillionen verschwendet, um die gigantischen Polizeieinsätze bei Fußballspielen und Meisterschaftsfeiern zu bezahlen. Aber um Geld ist es dem Hoeneß doch nie gegangen. Auf die Frage eines kleinen Jungen, ob er Millionär sei, antwortete er souverän, im Leben sind andere Dinge wichtiger, als Millionen zu haben. Na klar, wichtiger ist es, sie nicht teilen zu müssen. Er ist schon ein ganz armes Würstchen, der Hoeneß Uli. Bis neulich. Und mehr Informationen auf www.wdr2.de www.wdr2.de